Herzlich willkommen zu einer brandneuen Aktienanalyse. Ja, was sind denn aktuell die beliebtesten Aktien da draußen eigentlich, beziehungsweise hier bei uns in Deutschland? Daran wollte ich festmachen, welche zwei Aktien ich heute in diesem Video ein bisschen genauer anschaue. Aber erstmal zu den beliebtesten Aktien. Wie kommt man da drauf? Wo kann man die sehen? Dafür gibt es zum Beispiel zwei Anlaufstellen, die mir heute eingefallen sind. Nummer eins ist GetQuinn, eine relativ neue App. Und Nummer zwei, Trade Republic, diesen Neo-Broker, werden wahrscheinlich alle kennen. Und die Positionen auf diesen Listen haben sich tatsächlich überschnitten zu einem großen Teil. Deswegen gibt es auch gar nicht so viele Aktien, die ich jetzt hier vorlese. Nummer eins der beliebtesten Aktien, AMC Entertainment. Das ist ein Kinounternehmen aus den USA. Übrigens auch ein großer Kunde von EPR Properties, ein Immobilien-Read, den ich auch selbst im Portfolio habe. Nummer zwei, Alibaba. Nummer drei, Nell Asa. Das ist ein global operierendes norwegisches Unternehmen, das Wasserstoff aus elektrischer Energie herstellt. Dann haben wir noch Tesla auf dieser Liste. Wir haben TUI da drauf, Xiaomi und Apple. Und ich habe mich eben für das heutige Video entschieden, Alibaba und Tesla ein bisschen genauer anzuschauen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal aber noch ein paar Worte zu den anderen Aktien. AMC Entertainment als Kinoaktie, natürlich stark gebeutelt durch die aktuelle Krise. Gewinne und Umsätze gingen stark zurück, beziehungsweise in den negativen Bereich. Und das ist eine Aktie, wo einige wahrscheinlich jetzt auf den Turnaround hoffen und sagen, okay, wenn jetzt dann wieder Lockerungen kommen, auch in den USA immer mehr Leute wieder unterwegs sind und ins Kino vielleicht auch gehen und gehen dürfen und die Sachen auch wieder aufmachen, dann steigen hier die Umsätze und Gewinne und dann wird sich die Aktie auch wieder erholen. Das ist so meine Vermutung bei AMC Entertainment. Dann bei Nell Asa muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich weiß, ich bin jetzt nicht so tief drin in diesem Wasserstoff-Thema. Nell Asa hatte eine relativ negative, also was die Gewinne angeht, eine relativ negative Vergangenheit von 2005 bis 2012, glaube ich, wo es tiefrot war. Jetzt ist es so, ja, es pendelt so um den Nullpunkt. Die Zukunft, was die Umsätze angeht, sieht aber relativ rosig aus. Die Aktie ist aber trotzdem noch stark überbewertet für das, was sie im Moment leistet. Also das ist wahrscheinlich wirklich so ein Bett, eine Wette auf den Wasserstoff, dass das in Zukunft noch viel mehr kommt. Definitiv interessante Wette, kann ich auch durchaus verstehen. Dann haben wir natürlich auch TUI auf dieser Liste. Ich gehe auch davon aus, dass das auch so ein Turnaround-Bett ist, allerdings mit weitaus positiverer Aussicht als jetzt zum Beispiel Nell Asa. Wenn man das im Aktienfinder vergleicht, hier prognostizieren die Analysten nämlich eine sehr schöne Zukunft eigentlich. Also dass sich die Gewinne und Umsätze wieder auf das Niveau wie vor der Krise erholen werden langfristig und die Bewertung entsprechend bis 2024 auf 14,62 Euro gehen soll. Was eben einer jährlichen Renditeerwartung von sage und schreibe 38,4 Prozent aktuell entspricht. Das heißt, wenn das wirklich stimmt, ist das natürlich eine wunderbare Turnaround-Aktie. Ich bin da jetzt selbst nicht investiert. Bisher war es mir zu heftig. Schauen wir mal, ob ich irgendwann so ein Spaßportfolio einfach anlege. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr da Interesse daran hättet, sowas mitzuverfolgen. Wenn ich einfach solche vielversprechenden Aktien, also Rendite, von der Rendite her solche vielversprechenden Aktien, einfach mal zusammenschmeiße in einen Topf, so 20, 30 Stück und dann verfolge, ob man mit einer solchen Strategie, wenn man sich gezielt solche Kandidaten hier aussucht, ob man da was reißen kann. Schreibt das mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr da Interesse daran hättet. Das würde mich stark interessieren. Dann als nächstes haben wir Xiaomi. Auch definitiv, was die Renditeerwartung betrifft, sehr, sehr positiv in den nächsten drei, vier Jahren. Und Apple ist natürlich das größte Unternehmen, eines der größten Unternehmen der Welt. Immer wieder wechseln sie sich ab, aber ist doch stark überbewertet im Moment. Die Renditeerwartung, wenn man sich jetzt am fairen Wert orientiert, ist in den nächsten drei, vier Jahren tatsächlich negativ. Aber trotzdem ist es relativ klar, es ist das beliebteste Unternehmen, es hat ein wunderbares Image. Die Produkte sind toll und funktionieren. Also warum sollte nicht auch die Aktie irgendwie funktionieren? Allerdings muss man dazu sagen, dass Tech in der letzten Zeit sich nicht ganz so grandios entwickelt hat. Es waren dann doch eher so diese Good Old Value Aktien, die hier Kursgewinne in den letzten Wochen verzeichnen konnten. Sowas wie Altria tatsächlich auch ja als Tabakunternehmen konnten stark zulegen, während solche Standard-Tech-Werte, so Fangenaktien eben mehr oder weniger auf der Stelle getreten sind. Und ja, das erste Unternehmen, was ich jetzt genauer anschauen möchte mit euch, das ist Alibaba. Und hier schauen wir uns als allererstes natürlich wie immer die Pro-Argumente kurz an. Erstes Pro-Argument, das monatliche Brutto-Warenvolumen pro aktiven Nutzer lag bei Alibaba Ende März 2020 bei 756 Juan. Das ist höher als bei Pindudu mit 196 Juan nur und bei JD mit 507 Juan im Jahr 2020. Das zeigt einfach, die Nutzer von Alibabas E-Commerce-Plattformen sind schon von sehr hoher Qualität, also sie lassen vergleichsweise viel Geld da. Auch die Benutzer-Bindungsrate von 98% ist echt gut und zeugt davon, dass die Leute einfach zufrieden sind auf dieser Plattform. Dann ist Alibaba im Vergleich mit seinen Konkurrenten sehr profitabel, nämlich mit einer operativen Marge von 16% gegenüber jetzt zum Beispiel JD mit nur 1,5% und Pindudu war unprofitabel bei minus 15%. Kommen wir zu den Kontrapunkten und da ist es natürlich so, dass trotz dessen, dass jetzt die Konkurrenz, die direkte wie Pindudu und JD nicht so profitabel arbeiten, dass sie trotzdem wachsen und dass sie natürlich das Wachstum entsprechend von Alibaba dann ausbremsen können. Pindudu konnte zum Beispiel schon mehr Nutzer anhäufen, jetzt im Jahr 2020 lag die Zahl bei 788 Millionen und das ist mehr als bei Alibaba. Die hatten nämlich nur 779 Millionen, also sie haben sie schon knapp überholt im letzten Jahr, was die Nutzerzahlen angeht. Dann kann man Pro und Contra sehen, was jetzt kommt, aber es ist jetzt bei mir auf der Contraliste, einfach weil es eine Angst ist, die man zurzeit hat. Erstmal Alibaba investiert gerade auch in Unternehmen außerhalb von China und versucht da so ein bisschen zu expandieren. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann die Angst, ja wie ist das dann, kann sich das Management dann noch richtig konzentrieren oder verlieren die dann irgendwie das Wesentliche, die wesentlichen Geschäftsbereiche irgendwie aus den Augen. Eine weitere Angst, die mit diesen Expansionsplänen in andere Regionen einhergeht, ist so ein bisschen, dass in diesen Regionen außerhalb Südostasiens eben auch schon Konkurrenten sehr stark Fuß gefasst haben und die Angst besteht darin, dass man sich nicht gegen die durchsetzen kann, beziehungsweise, dass sie einfach ein starkes Hindernis darstellen. Und jetzt gucken wir uns Alibaba als allererstes hier im Aktienfinder an. Hier sehen wir den Qualitätscheck, es geht schön straight nach oben hier seit den ersten Zahlen, zumindest was wir hier sehen, ja genau, ist 2012, geht es hier straight. Eine wunderschöne Entwicklung mit überhaupt gar keinen Verlusten, sondern die ganze Zeit nur Gewinne. Ja, sowas sieht man wunderbar gerne. Und auch bei den Umsätzen sieht es ähnlich aus. Also viel gerader und exponentieller geht es dann ja auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Auch die sonstige finanzielle Situation ist grandios. Alibaba schwimmt im Geld, ehrlich gesagt. Wenn man sich das so anguckt, gucken wir uns den fernen Wert an. Hier sehen wir die aktuelle Geschichte. 2020 im Oktober waren wir noch bei 309 US-Dollar ungefähr. Ich gucke mir jetzt hier die ADR an. Ich habe alles mit der ADR gemacht, weil das eben hier die Position ist, die man hier im Aktienfinder auch hat. Genau, waren wir 2020 eben noch bei 309, sind jetzt langsam runter auf die aktuell 208 US-Dollar. Und ist tatsächlich nach der aktuellen Leistung schon eine Unterbewertung. Der faire Wert wäre hier nach bei 276 US-Dollar anzusiedeln. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, was hier die Renditeerwartung der nächsten Jahre nach dem fairen Wert ist, sind das hier 31,7%. Ich kann das nochmal hier so ein bisschen ranzoomen, nochmal einen kürzeren Zeitraum anschauen. Und da sind wir hier immer noch bei 27,9, also round about 30% Renditeerwartung. Wenn das hier stimmt, was die Analysten hier prognostizieren mit dieser Entwicklung. Und natürlich auch, wenn dann die Käuferlaune eben entsprechend ist, dass die Aktie dann auch hier in diese Höhen schnellt mit der Zeit. Aber natürlich eine wunderbare Erwartung hier aufs Jahr. Insgesamt wäre das eine Rendite von 103,5% in den nächsten dreieinhalb Jahren. Als nächstes schauen wir uns noch an, was eine Discounted Cashflow zum fairen Wert von Alibaba sagen würde. Und wir machen das wieder im Tool von Comvato hier. Ich benutze immer das Basic-Tool, ein wunderbares Excel-Tool, wenn ihr einfach professionelle Discounted Cashflow-Analysen selbst zu Hause machen wollt. Ich habe hier schon die Umsatzerwartung so eingegeben, wie das auch hier im Aktienfinder schon ist. Diese straighte, fast exponentielle, starke Linie nach oben. Ich habe das auch mehr oder weniger so übernommen. 2024 hier die 211 Milliarden US-Dollar. Die habe ich hier auch circa, fast so. Auch die Bruttomarge ist bei ungefähr 40% dann angesiedelt und die EBIT-Marge bei 15%, zwischendurch 17% und 15%. Dann die Investition habe ich jetzt mal relativ niedrig auch angesetzt. Ich kann das immer so schlecht abschätzen. Deswegen gebe ich hier lieber etwas kleinere Zahlen an, als dass ich jetzt übertreibe. Und schauen wir uns einfach mal das Ergebnis an, hier der faire Wert. Da komme ich auf 241 US-Dollar. Im Moment beim aktuellen Kurs von 206 sind da also noch 17% aktuell drin, um diesen fairen Wert hier zu erreichen. Und ich finde es immer toll, wenn sich unterschiedliche Bewertungsmethoden so einig sind, wie es jetzt hier bei Alibaba der Fall ist. Nummer 1 Aktienfinder sagt, es ist unterbewertet. Discounted Cashflow-Methode mit Convato sagt, es ist unterbewertet. Morningstar sagt auch, es ist unterbewertet zu um die 50% Preisanstieg. Ist da noch drin und das zeigt dann schon recht deutlich, wo da im Moment bei Alibaba einfach der Hammer hängt. Das heißt, das ist tatsächlich ein interessanter Wert. Natürlich, wie immer, keine Anlageberatung, aber ja, das sieht doch relativ spannend aus. Dann kommen wir als nächstes zu Tesla und zu den Pro-Argumenten. Und da ist es natürlich so, dass Tesla schon das Potenzial hat, die Welt relativ stark zu verändern mit den Elektroautos und vor allem mit den Langstrecken-Elektroautos. Ja, andere ziehen auch sehr stark mit, aber Tesla ist dann doch irgendwie so der Vorreiter gewesen und hat natürlich eine große Wichtigkeit und natürlich auch weiterhin entsprechendes Potenzial. Gerade auch, weil eben diese Zusammenhänge bestehen mit Solar City, wo dann auch die Ladestationen eben gebaut werden können, damit eben ein Netz entsteht, damit sich die Leute auch überall vollladen können mit der elektrischen Energie und keine Angst haben müssen, dass sie irgendwo gestrandet werden. Ja, ich glaube, Tesla hat das allergrößte Netz, wenn es um diese Ladestationen geht und ist da sehr stark dabei, das auszubauen und kümmert sich eben auch um die entsprechenden Speichermedien, also dass diese Sonnenenergie dann auch ordentlich gespeichert werden kann. Und ja, produziert eben auch viel selbst, ist wenig abhängig von irgendwelchen Zulieferern, also weniger, ja. Wenn ihr euch die Biografie von Elon Musk gebt, bei Audible habe ich mir die angehört, wirklich sehr, sehr spannend. Und da kriegt man das mit, wie er immer wieder daran gehadert hat mit irgendwelchen Zulieferern und wenn er mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten wollte, dass da irgendwie so strikte Regeln gab, die dann alles verzögert haben oder die es einfach schwieriger gemacht haben oder ineffizient gemacht haben. Und da ist Elon eben einer, der dann die Sachen selbst lieber in die Hand nimmt und sagt, ey, wir wollen damit bald fertig werden. Wir wollen nicht in zehn Jahren irgendwie dieses Auto rausbringen, sondern wir wollen es am liebsten jetzt haben. Das heißt, wir bauen das Zeug jetzt am liebsten einfach mal selbst. Dann ist es schon so, dass das elektrische Fahren eben signifikant günstiger ist für den Autofahrer, als jetzt mit Benzin zu fahren. Und dass ich jetzt auch persönlich einfach so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich Elektro gegen Gas auf jeden Fall durchsetzt, das ist außer Frage. Eine andere Sache ist natürlich der Wasserstoff, aber auch hier glaube ich eher, so was ich gehört habe, auch dass der Wasserstoff eher dafür benutzt wird für die großen Trucks, ja, für große Fahrzeuge, für Industriefahrzeuge und für die großen Maschinen. Und dass die kleinen Personenfahrzeuge eben mit einem normalen Elektromotor, so wie es jetzt zum Beispiel in einem Tesla vorzufinden ist, auskommen. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, Elektro gewinnt gerade, ja. Anderer Punkt, mit dem elektrischen Auto zu fahren, es ist anscheinend richtig spaßig zu fahren. Wenn man aufs Gaspedal drückt, dann kommt auch sofort die Energie und die Beschleunigung vor allem. Und das scheint schon richtig Spaß zu machen. Kommen wir zu den Kontrapunkten und die sind relativ klar. Bei einer Investition in Tesla handelt es sich um ein extrem mit sehr viel Unsicherheit verbundenes Investment. Der Markt hat einfach auch hohe Erwartungen an das Unternehmen, dass es sich gut entwickelt. Und wenn hier einmal dieses Wachstum eben nicht so stattfindet, wie es, ja, wie es prognostiziert würde oder es einfach Ausführungsprobleme oder sonstiges gibt, was immer mal passieren kann in einer solchen Produktionskette, dann führt das natürlich auch dazu, dass der Aktienkurs von Tesla darunter leidet. Auch die ganzen anderen Geschichten mit Bitcoin führen natürlich dazu oder das hat sich jetzt auch wieder geändert. Man kann jetzt dann die Teslas nicht mehr mit Bitcoins kaufen. Das hat Elon Musk wieder rufen. Aber es war doch auch im Gespräch, dass Elon einen sehr großen Teil in Bitcoin auch selbst investiert hatte. Weshalb auch hier der Kurs von Tesla stark mit dem von Bitcoin verwurschtelt war. Was natürlich auch wieder Volatilität bedeutet letztendlich. Dann haben wir die Geschichte, dass wir, wenn wir in sowas wie Tesla investieren, natürlich von im Prinzip einer Person abhängig sind. Das ist so ein Schlüsselpersonenrisiko, das einfach sehr, sehr viel von einer Person abhängt. Und wenn man letztendlich in Tesla investiert, dann investiert man in Elon Musk. Das muss man einfach wissen, dessen muss man sich bewusst sein. Das hat natürlich Vorteile, weil man weiß, Elon Musk ist auf jeden Fall einer, der Unternehmer mit Herzblut ist. Der auf jeden Fall den Plan hat, ordentlich zu disrupten. Aber es ist doch immer wieder dann auch die Sache, okay, das ist jetzt eine Person und wenn mit der irgendwas ist, wenn sie sich für irgendwas entscheidet oder was weiß ich, dann hängt eben der Aktienkurs stark von dieser einen Person ab. Dann haben wir das Thema, dass die Konkurrenz hier natürlich auch nicht schläft. Audi, BMW, Ford, GM, Mercedes und andere haben auch ihre Elektrofahrzeuge jetzt in Entwicklung und sind da auch wirklich nicht schlecht dabei. Das heißt, die Konkurrenz wächst und die Elektrofahrzeuge sind aber, so bewertet es der Markt, jetzt noch nicht so beliebt, dass jetzt jeder sagt, boah, ja, ich hole mir jetzt sofort als nächstes ein Elektrofahrzeug. So weit ist es noch nicht. Das könnte, ja, das ist so ein bisschen eine Angst, dass diese Entwicklung hin zu den Elektrofahrzeugen zu lange dauert, sodass Tesla dann diese Kosten zum Beispiel für die Gigafactories auch nicht mehr reinbekommt. Aber wie gesagt, das ist eben eine Angst und so Ängste gibt es bei jedem Unternehmen. Dann Contra, wir haben natürlich eine relativ begrenzte Zielgruppe im Moment. Die Autos sind sehr teuer, nicht viele können sie sich leisten, aber das soll schon nächstes Jahr besser werden. Nämlich Tesla hat den Plan, ein Auto für unter 25.000 Euro oder Dollar auf jeden Fall relativ günstig rauszubringen, sodass sich auch eine weitere Zielgruppe, dann eine viel größere Zielgruppe ein solches Auto leisten könnte. So, Tesla im Aktieempfinder, hier erstmal 541 Milliarden Euro Market Cap, das war auch schon mal mehr. Hier sehen wir die Entwicklung der Gewinne von 2006, 31.12. Hier haben wir die ersten Daten sozusagen. Seitdem waren es bis ins Jahr 2019 Verluste. Keine schwarzen Zahlen, 2020 wurden das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben, so wird es auch im Jahr 2021 jetzt erwartet. Eine schöne Entwicklung, ich finde es immer gut, wenn ein Unternehmen schon beweist mal, dass es auch positiv wirtschaften kann, dass es Gewinne machen kann. Da investiere ich immer auch viel lieber, als wenn ein solcher Beweis noch nicht erbracht wurde. Und die Zukunft hier wird schön prognostiziert, genauso bei den Umsätzen auch. Das ist schon ein radikaler Anstieg hier von 2021. Aktuell sind wir bei 35,9 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Erwartet werden dann insgesamt knapp 50 Milliarden, wenn das Jahr abgeschlossen ist. Im Jahr 2024 werden dann knapp die 100 Milliarden erwartet. Hier sehen wir es auch, die finanzielle Situation hat sich deutlich gebessert. Es gibt mehr Aktien inzwischen. In 2006 waren es noch knapp 500 Millionen Aktien. Jetzt sind es dann 1,133 Milliarden Aktien. Ist eine schöne Entwicklung, muss ich schon dazu sagen. Schauen wir uns mal die aktuelle Bewertung an. Hier sehen wir, was passiert ist. Wir waren hier schon mal bei 880 US-Dollar im Preis, sind jetzt dann runter auf die 588. Haben uns dem fairen Wert hier sehr stark angenähert. Zurzeit noch eine Überbewertung, wenn man sich das anschaut. Ungefähr 363 wäre der aktuelle faire Wert, wenn ich das jetzt einfach mal so grob überschlage hier. Aber die Renditeerwartung für die nächsten Jahre ist auch positiv. Nämlich pro Jahr soll hier oder erwartet man schon, dass der Kurs oder könnte der Kurs um 19,2% steigen. Wenn das alles so verläuft, muss man natürlich immer wieder dazu sagen, wie es hier prognostiziert ist. Das ist nicht 100% gegeben, dass das so kommen muss. Wie gesagt, auch das eine interessante Prognose. Und dann schauen wir uns das Ganze noch im Tool von Comvato an. In einer Discounted Cashflow Analyse. Und auch hier habe ich genau das übernommen, was im Prinzip die Analysten vorgeschlagen haben. Schon im Aktienfinder. Hier haben wir 57% Steigerung dieses Jahr zu erwarten. Dann 2022, 37%, dann 2022, dann 17%, bis wir uns auf die 2% ewiges Wachstum runterkonvergieren. Wir haben hier eine solide Bruttomarge von 21% und eine EBIT-Marge von 8% bis 14%. Und 11% habe ich dann auch als ewig festgelegt. Die Investitionen habe ich ähnlich schon wie bei Alibaba festgelegt, weil wir haben hier echt starke Investitionen. Guckt euch das an, im Jahr 2020 jetzt 66% mehr. Ja, wie gesagt, tue ich mich schwer, mit den großen Zahlen hier die einzugeben. Aber das komplett leer zu lassen, fällt mir dann auch schwer. Deswegen hier eine 5, 4, 3, 2. Ich hoffe, damit kann man leben. Und schauen wir uns das Ergebnis an. Das sind überraschende 67 US-Dollar. Das wäre hier die 576 immer noch eine massive Überbewertung. Das hat einfach damit zu tun, dass wir eben jetzt noch nicht lange aus dieser Verlustzone raus sind, die hier natürlich auch noch mit reinspielt. Weshalb jetzt eine Discounted Cashflow-Methode noch nicht jetzt rumjubelt und sagt, yo, das musst du auf jeden Fall machen, das ist jetzt der Deal des Lebens. Sondern sie sagt eben, sei mal noch ein bisschen vorsichtig. Weil genau so muss man eben Tesla auch aktuell behandeln. Also das hier sozusagen als Warnhinweis zu nehmen und deutlich zu beobachten, wie hier die Zahlen sich bei Tesla tatsächlich in Zukunft entwickeln werden. Weil davon wird natürlich einiges abhängen. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat dieses Video wirklich sehr viel Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die zwei Aktien, die zwei Unternehmen in dieser Aktienanalyse gefallen haben. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video und dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.